Hi, meine Süßen! Wir sind hier im Kohlekraftwerk Jens Schwalde. Ja, hier mein Homie. Wir sitzen hier gerade auf einer, liegen genauer gesagt, auf einem langen Kohleförderband. Genau, das Kohleförderband. Das tut nämlich normalerweise diese ganze Kohle da hinten in das Kraftwerk reintun. Und da liegt noch viel mehr Kohle drin. Genau, so läuft es. Gestern gerade tut es nicht mal so viel Kohle befördern, weil hier ist eine UnCat-Blockade. Genau. Und ja, und solange wir hier sind, bewegt sich diese Kohle nicht in diese Richtung.